Reformhaus Tischner Herzlich Willkommen im Reformhaus Tischner. Mein Name ist Susanne Tischner. Ich heiße Sabine Heger. Unser Familienunternehmen in der dritten Generation wurde bereits 1926 von unserem Großvater in der Schongauer Altstadt gegründet. Seit 2005 führen wir nun gemeinsam unser Reformhaus direkt am Marienplatz. Euer Zentrum für gesundes Leben in Schongau. Hier gibt es einiges zu entdecken, vor allem zu den Themen Gesundheit, Wohlbefinden und natürliche Schönheit. Unser Sortiment umfasst zum Beispiel gesunde und natürliche Lebensmittel. Wir führen Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Bei uns gibt es eine große Auswahl an Früchte und Kräutertees, teilweise in Arzneimittelqualität. Besonders können wir euch auch empfehlen die Schöneberger Frischpflanzensäfte. Dann führen wir auch die hochwertigen Säfte der Firma Rabenhorst. Zum Thema Naturkosmetik. Hier haben wir vor allem deutsche Firmen im Programm. Zum Beispiel Heliotrop, Aria Laia oder Annemarie Börlind aus dem Schwarzwald. Von dieser Firma führen wir auch die dekorative Kosmetik, sodass wirklich jeder natürlich gut aussehen kann. Seid ihr auf der Suche nach einem passenden Geschenk für eure Liebsten, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir fertigen für jeden Anlass schöne Geschenkkörbe, ganz individuell und auch Geschenkgutscheile bieten wir an. Außerdem haben wir auch einen Liefer-Service für euch. Einen weiteren Service, den wir bieten, ist unser Hermes Paketshop. Da könnt ihr eure Päckchen und Pakete verschicken und abgeben. Bezahlen könnt ihr bei uns natürlich auch mit den 10-Euro-Checks der Werbegemeinschaft Altstadt-Schongau. Diesen könnt ihr exklusiv bei uns im Reformhaus erwerben und dann in allen Mitgliedsgeschäften einlösen. Wir finden, das ist auch eine super Geschenkidee. Wir hoffen, dass wir euch unser Reformhaus ein bisschen näher gebracht haben und freuen uns auf euren Besuch. Bis bald! Bis bald!